Hi Party Art! Gehaltsgelde Party Okay, genug gepartigt, hallo Oh, wups Was haben wir denn? Wo denn? Ah, hier unten Alles klar, ich denke, das war gemein Seht ihr, schon wieder mehr Zeug So toll, funktioniert das Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hier lang? Geh schon, geh schon hier Ach, schon wieder ins Wasser Okay, Leiter Ja, das sieht Okay, oh, oh So, äh, ähm Okay, also der Schuss von ihnen ist nach hinten losgegangen Aber Trotzdem witzig Den Deckung? Okay, mach ich Hallo Hi Schnitti Hey, hey, hey Wo kommt Schaden? Wow, hi Geh weg Geh weg Ach, da hinten 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 Jetzt will ich aber auch eure Munition mitnehmen Hey, du hast doch benutzt in den Kopf bekommen Du müsstest tot sein Die Dinger sind so geil, ey Furchtbar tödlich, ich will keinem irgendwie RL begegnen, aber im Spiel sind sie geil Vielleicht, wenn ich auch ein Anzug kriege Vielleicht, wenn ich auch ein Anzug kriege Der scheint ja da viel auszumachen Boom Boom Ach toll Ja, wir haben dann genug gespielt hier Wir könnten dann Uns in etwas ernstere Gefilde begeben und so Vielleicht ist das der Weg dort hin Hallo Geh rein, bitte Dankeschön Und Boom Wow Also wenn's hier explodiert, dann explodiert's richtig Würde ich doch behaupten Zack Zack Oh Oh Ah Ah Ach, das ist hellig Bom Ah, Mist Verkacken Ah Oh, Mann Ja, man kann's verkacken Ich will nicht schießen, ich will nicht explodieren Schaut doch, wie viele Dinger da überall Zack Komm her Zack, 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 Zack So, gut, das haben wir erledigt Und Bam So Dann Geh ich Sekunde mal Pause Okay, Festplatte sieht noch gut aus, aber Ah, dachte ich's mir doch Warum sagt mir keiner, dass ich das Spiel so urst laut eingestellt habe Man versteht mich doch schlecht jetzt in den anderen Videos Naja Ich hab mal reingehört, es ist Ja, man hört's noch, aber angenehm ist Find ich's jetzt nicht Könnt ihr gerne eure Meinung sagen, wie es jetzt Ob's euch vorher lieber war, eben bis jetzt oder ab jetzt Aber ich denk Äh, 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 nenn, fall, nenn Puh Ähm Du hast seltsame Verhältnisse bezüglich Leitern, mein Freund Hö Ja Also Kurzfassung tut mir leid, wenn ich zu leise war Jetzt müsste's wieder gut sein Was mach ich denn jetzt hier? Soll ich vielleicht gar etwa bumm machen? Soll ich bumm machen? Ich hab Angst davor bumm zu machen, etwas Hey, hier ist Leben Dankeschön Tja, ich seh keinen Weg Dort unten lang weiß ich Dass ich jetzt noch nicht hin kann Also machen wir einfach mal bumm Äh, du Bumm Na? Bumm Bumm, 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 bumm Was hat's genützt, ist die nächste Frage Tja, dorthin komm ich jetzt nicht Äh Hier hoch funktioniert einfach auch nicht Hm, ne, hier hoch wär schön, aber ich wüsste jetzt nicht wie Hier Noch höher, ach, hier auf das Rohr vielleicht Ja, das könnte gehen Guck mal her Spring anständig drauf Hups, nein Das war verkehrt Nochmal Hups Oh Mann Komm schon Ha Au Knack Okay, krieg ich so nicht hin Ach, ich weiß nicht Immer häng ich irgendwie in dem Raum eine Zeit lang, bis ich irgendwie wieder raff Ach so, ja, nee, ist klar, das muss ich Ich weiß, ich will dort oben, also dort oben, da drüben, dort rein Dafür muss ich den Wasserstand irgendwie anheben Meines Wissens Und wie mach ich denn das jetzt nochmal? Kommt's mir auf einmal viel viel leiser vor, ewig leise Ach, ich weiß nicht Immer die Probleme mit der Lautstärke Sprenge ich dich mal noch in die Luft, vielleicht bringt das was Bumm Mh, nein, ich bin nicht unbedingt weiter als vorher Soll, kann, werde ich vielleicht Hey, geh mal Hups, ruhig, 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 ruhig Von hier nach hier Dann hier rüber Das sieht gut aus Ja, das sieht sogar sehr gut aus Okay, das ist dann wohl die Lösung Hallo Hallo Ach, hier ist aber auch viel los Ähm Hier ist eine Leiter Nehmen wir mal die Leiter Aha Okay, die Leiter sieht nicht so toll aus Dann gehen wir halt mal die Röhren hier runter Und zuck Einen Schritt Und zuck Und hier können wir wohl Hopp, hopp, landen Und zuck Und schaut mal Oh Das Wasser steigt Und das Wasser Ups, Entschuldigung Ist unsere Navigationshilfe in dem Fall Oder sagen wir eher unser Fahrtbewegungsmittel Ihr seht's Gehen wir wieder hier hoch Flipp So, hier Bringt's mir wohl nichts, glaub ich Aber hier drüben könnte es Ne, das ist ja schon wieder Hi, wo kommst du denn hier? Och, wo kommt ihr denn alle her? Hi Na egal, könnt ihr eigentlich schwimmen? Keine Ahnung Finden wir's raus Na, ich glaub ums Eck kommen sie eh nicht Ja Stimmt sowas Seht ihr? Jetzt sind wir auf der anderen Seite hier Dann können wir hier hoch Und ja, wie kommen wir jetzt da rüber? So. Zu weit zum Springen. Tja, Half-Life, was sagst du? Physik, 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 Physik. Ja, Half-Life, danke für deine Meinung. Wir haben es verstanden. Äh, hau ab. Lass mich mal noch weiter schwimmen. Hier. Zack, zack. Oh, ich ertrink. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alles wieder gut. Jetzt sink ich schon wieder zu Boden. Das war nicht geplant. So. Okay. Was habe ich jetzt bewirkt? Ja, ganz einfach. Das Holzding. Es schwimmt natürlich. Jetzt, dadurch, dass das nicht mehr dort unten festgeballert ist, schwimmt das hier so rum und kann für mich als Plattform dienen. Wenn ich richtig springe. Es ist etwas unschick von so etwas Wackeligem abzuspringen. Das funktioniert nicht ganz so schön, wie man es vielleicht will, aber es funktioniert. Äh, ja, Ladezone. Ich danke dir dafür. Jetzt ist mir das Spiel viel zu leise, weil ich jetzt die Lautstärken von eben gewohnt bin. Ach, so ein Dreck. Äh, ich höre das ja viel leiser beim Spielen als ihr dann später im Video. Deswegen. Ähm, was ist hier so los? Na, kletter hier hoch, bitte. Gordon. Mach keine Zicken. Hups. Und hier rüber? Ach, fuck. Arschloch. Hm, hup, Bombs. Der ist weg. Na gut. Zonk. Wo lang? Dongs. Okay, jetzt sagen wir halt hier lang. Ja, geh weg. Äh, hier lang war wohl doch schlecht. War wohl doch verkehrt. Ei, 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 ei. Äh, ja, ich könnte auch eine andere Wartel nehmen. Fällt mir dann doch noch auf. Ja, wo? Ich höre es aber, ich sehe es nicht. Hm, seltsam. My God. Dann eben nicht. Oh, Schock. Ich bin geschockt, ja. Überraschend. Schon coole Dinger irgendwie. Irgendwie, ganz ehrlich. Geh weg. Äh, lass mich schon vorbei. So, hier ist eine Leiter. Die ist im Zweifel... Oh, hallo. Im Zweifel für was da. Hier rüber, hier. Hier wird es aber langsam unschön. Und da haben wir das tolle Geheimnis. Ja, es war mal nicht so viel. Mal mehr, mal weniger. Ihr wisst doch, wie es ist. Man kann nicht immer direkt einen vollen Vorrat mit voller Munition und... Energie und Leben und alles. Nicht immer. Aber mal öfter, bitte. Ih. Unser Freund, der Geigerzähler, spricht wieder mit uns. Das ist so eine Hassliebe zu meinem Geigerzähler, wisst ihr. Eigentlich will ich ihn nicht hören, aber auf der anderen Seite, wenn ich ihn nicht höre, tut es mir eigentlich nur noch mehr weh. Das ist so das Schlimme. Ich glaube, ich komme da drum rum und muss erst mal durch den... Hm. Hm. Jam. Durch den Matsch. Hi. Hi. Treffer. Hi. 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 Vielen Dank.